Hallo, jetzt kommst du noch in der Rocket League und der Gegner bekommt glaub ich kein Teampartner Ich hab vorhin schon die Rocket League aufgenommen, was auch relativ gut lief, nur ja, das Mikrofon war ein bisschen weit weg und ich war relativ leise ja, egal, ich glaub mein Mate ist gar nicht so schlecht ok, das ach du Scheiße, der Gegner kommt halt vorbei gut gemacht ach du Scheiße, der hat einen Spy einfach komplett auslay richtet ihr noch? nein, nein, ok den klauen wir mal unserem Teampartner, warum auch immer eure Flanken er kommt gut ich glaub er kann nicht fliegen ok, das ist ein Laktor, ne der geht nicht mal rein sorry ich mach mir nochmal kein Problem, es ist lange her, dass er das gespielt hat äh, hier und zwar und der geht rein hey, wer ist denn der Verteidiger da? ja, wie? Ricardo ist direkt am Ragen ja, unser Mate hab ich ein bisschen da überschätzt, aber ist das nicht so, dass er irgendwie Katastrophe oder so wer weiß, vielleicht ist er noch bei dem Team 9 im Game, keine Ahnung wenn er soll ey ey ich hab ein Kontrolle hört man richtig laut, kann das sein? scheiße bist du mir da, ich glaub ich glaub ich hab ein bisschen anders hin ach ne ach ne wollte ich jetzt für den Kontrolle haben? ich weiß nicht, ob man laut gehört hat ich weiß nicht genau, ich hab mich drauf konzentriert, wo ich äh wie ich sitze und den Kontrolle halte ich weiß halt gar nicht genau was passiert ist mach ihn rein jawoll ach du scheiße und das äh ich hab auch egal darüber reden wir nicht mehr sogar unser Mate lacht mich aufs ach du scheiße der Bot hat mich ge... das war einfach der Bot ich wurde vom Bot-Hops genommen das ist ja doppelt peinlich ich hab einfach nichts gemacht ich stehe einfach nur da ach scheiße ich sag wenn ich dir ins kurze Eck schieße da hält der den Safe nicht wer rechnet denn von da aus, dass ich ins kurze Eck schieße das berechnete Name dachte ich jawoll ach der geht gar nicht rein ups jawoll jetzt liegen wir zum dritten mal vorne Aua oh nein hab ich gesehen 30 Sekunden müssen wir diesen Spielstand einfach noch halten oder wir schießen einfach noch im Tor aber der kommt zu kurz ok wäre gar nicht gekommen hätte ich rein machen können wenn ich nicht so blöd gewesen wäre ja aber ich glaube der Kontrolle ist halt laut tut mir auf jeden Fall da falls es stört ich kann es nicht echt abschätzen ach du scheiße sehr schön die Astronome gewonnen auch wenn das Game jetzt richtig langweilig war ähm wir werden noch einen dranhängen ist halt auch nicht schon los ich war ja noch ein bisschen auf Instagram mein Mate ist einfach afkar was soll denn das oh nein nein nicht ins eigene Tor ja und ich will einfach maximal befordern so ganz alleine jawoll doch noch was mit der Wand und die Verlängerung war schlecht ah jetzt hab ich auch ein Board jawoll ich in der Board wir regeln das was machen die denn ach du scheiße ich bin ja noch schlimmer ach du Kackte das hat keiner gesehen der zweite Fehler oh man das muss beim zuschauen schon weh tun 3 Sekunden vorher exclame doch die Gegner aber was machen die da also also und da ich in jedem Spiel in dem es Tore gibt und einem Ball und in jedem Spiel vor dem Gegnerischen Tor treffe ich einfach nichts äh dürfte es relativ schwer werden mit einem Board ah ne wir haben jetzt den richtigen Spieler du musst ja die Tore schießen ach du Kacke das hat ok 2-1 und 2-2 jawoll das ging schneller als erwartet und unser Mate macht 3-2 perfekt läuft doch wir versuchen einfach weiter drauf zu also weiter Tore zu schießen sonst wäre es halt langweilig ah bisschen zu aber eins den ich so genau mit dem Ball nicht bekommen nein der war so schlecht gerade äh die krieg ich ja dann kommt der da auch nach Fuß ja nimm ihn schade oh jetzt muss ich nicht mehr unterstehen geht der rein? der geht einfach rein mann ach du Scheiße das war ich wollte ihn eigentlich aufs Tor bringen und jetzt brauche ich den Bruce ah der geht auch so rein ok ich hab damit gleich nichts den Ball keiner mehr gefunden du hä es war kein Gegner ansatzweise an ihm dran also was ein Tor so ok der erste Bruce hat mir erfolgreich verfehlt cool nein der krieg einfach nicht das wär nice gewesen oh jetzt kassieren wir noch eins durch den Scheiß schade ux ich spiel ihn noch einmal in die Messe schade egal ich würde sagen wir haben die Runde eindeutig gewonnen und dann könnt ihr das Video gerne bewerten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder haut rein und ciao lied 剛 wo ho